Psychische Systeme, darum wird es in diesem Video gehen. Ich werde dir erstens den Aufbau psychischer Systeme näher bringen und zweitens daraus die Über- und Herleitung zum Konstruktivismus machen und drittens erklären, welche Bedeutung die psychischen Systeme aus Sicht der Systemtheorie haben. Mit diesem Wissen kannst du zum Beispiel zwischenmenschliche Konflikte ganz anders verstehen und Lösungen erarbeiten. Mir hilft das sowohl im beruflichen wie im privaten Umfeld. Hi, ich bin der Frederik und in meinen Videos erfährst du spannende Einblicke rund um das Thema systemisch agiles Arbeiten. Lass uns direkt in die Welt der psychischen Systeme einsteigen und verstehen, wie diese aufgebaut sind. Du erinnerst dich bestimmt an meine anderen Videos zur Systemtheorie, und zwar einmal die Einführung Teil 1 zur Systemtheorie und dann die Vertiefung im zweiten Teil zu den sozialen Systemen, in denen ich dir erklärt habe, dass es verschiedene Systemarten gibt. Schauen wir uns das noch mal kurz zu Beginn näher an. Betrachten wir zum Beispiel folgende Szene, in denen verschiedene Menschen miteinander in Interaktion treten. Dann treffen hier verschiedene Systeme in dieser Szene schon zusammen. Hier siehst du einmal dieses System, so dargestellt mit den sechs Personen, die miteinander interagieren, und hier jetzt rechts oben eine andere Darstellung, und zwar die gleichen sechs Personen, nur mit einer möglichen systemischen Darstellung. Denn es ist so, dass der Mensch an sich gar nicht als eigenes System auftaucht, weswegen er hier zum Beispiel jetzt transparent dargestellt ist. Sondern der Mensch teilt sich in drei Systeme auf, wie du nun hier in der Grafik auch schon erkennen kannst. Einmal in der Interaktion mit anderen Menschen durch Kommunikation, das ist dann das soziale System, dargestellt mit den blau gestrichelten Linien, was du bereits schon aus den anderen Videos kennst. Und neben dem sozialen System besteht der Mensch sozusagen noch aus den zwei weiteren Systemen, dem organischen System, hier dargestellt mit der Lunge, also mit dem Teil von einem Körper, und dem psychischen System, das sich um Gedanken und Bewusstsein dreht. Ja, und so kommt es dann plötzlich, dass bei sechs Menschen aus systemischer Sicht ein soziales System und jeweils sechs psychische und sechs organische Systeme zusammenkommen. In diesem Video widmen wir uns besonders den psychischen Systemen, die hier mit gelb gestrichelten Kreisen besonders hervorgehoben sind. Wie du sehen kannst, berühren sich diese einzelnen Systeme in dieser Darstellung. Also hier die gelb gestrichelten Systeme und die rot gestrichelten Systeme und die blau gestrichelten Systeme. Und das soll nämlich die enge Kopplung der Systeme untereinander symbolisieren. So ist das psychische System mit dem organischen System und dem sozialen System gekoppelt. Und das ist wichtig, weil die Systeme voneinander abhängig sind. Ohne dem organischen System, wie zum Beispiel dem Nervensystem, wäre das psychische System, aber auch das soziale System undenkbar. An diesen Systemgrenzen können sich die Systeme gegenseitig irritieren und Reize austauschen. Deswegen sind die Systemgrenzen gestrichelt dargestellt. Zum Beispiel kann der Magen als Teil des organischen Systems dem psychischen System Reize übermitteln, dass zum Beispiel ein Hungergefühl aufkommt. Oder es wird im sozialen System, Team sozusagen, über Kündigungen gesprochen, worüber sich das psychische System weitere Gedanken machen kann, was das jetzt genau bedeutet und welche Folgen das haben wird. Und natürlich kann das psychische System ebenfalls die anderen beiden Systeme irritieren, also Reize übermitteln, sodass im sozialen System zum Beispiel alles ist doof kommuniziert wird. Jetzt wird es spannend. Was bedeutet, Systeme können sich gegenseitig irritieren und dabei Reize austauschen? Um diese Frage beantworten zu können, schauen wir uns psychische Systeme näher an und zoomen in diese hinein. Psychische Systeme bestehen im Kern letztlich einfach nur aus Gedanken und wie sich diese organisieren. Das heißt, wie ein Gedanke zum nächsten Gedanken führt und so weiter. Diese Verkettung von Gedanken kennst du sicherlich, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, draußen unterwegs bist und du siehst dann ein hübsches Lächeln. Du bemerkst vor allem die schönen weißen Zähne und denkst dann daran, dass man diese durch regelmäßiges Putzen pflegen muss. Das erinnert dich dann als nächstes daran, dass du vielleicht als Kind mal deine Zähne nicht gut genug geputzt hast und du deswegen Zahnschmerzen hattest. Weswegen du ausgehend von den Zahnschmerzen vielleicht zum Zahnarzt musstest und so weiter. Wie dieses Beispiel zeigt, reicht oftmals ein kleiner Trigger oder ein kleiner Reiz, wie zum Beispiel diese schönen weißen Zähne, um eine ganze Kaskade an weiteren Gedanken, Erinnerungen und Gefühlszustände zu aktivieren. Und für diese wesentliche Charakteristik gibt es auch einen Begriff, den du bereits in den anderen Videos, vor allem in den Videos zum sozialen System, schon kennengelernt hast, und zwar die operative Geschlossenheit von Systemen. Die operative Geschlossenheit beschreibt dabei die besondere Beziehung zwischen den Systemen und ihren Umwelten. Schauen wir uns nochmal das Beispiel mit dem Hungergefühl an. Angenommen aus dem organischen System heraus trifft ein Reiz auf das psychische System in Form von Hunger. Dann ist das psychische System offen, diesen Reiz an der Systemgrenze zu verarbeiten. Aber wie es diesen Reiz verarbeitet im Detail, also wie das psychische System damit letztlich operiert, das kann das organische System nicht bestimmen. Möglicherweise wird durch den Reiz ein Hungergefühl geweckt. Der nächste Gedanke daraus könnte dann zum Kühlschrank führen gedanklich. Oder aber man denkt ans Fasten und an die perfekte Bikinifigur, wäre ein anderer Gedankenstrang. Welche Gedankenketten entstehen, ist eben nicht vorhersagbar. Deswegen ist das psychische System geschlossen, wenn es darum geht, wie es im Inneren operiert. Psychische Systeme operieren daher völlig autonom und organisieren sich selbst. Keiner kann von außen unsere Gedanken beliebig steuern. Ja, so banal und einfach dies auch klingen mag, es hat eine wichtige Konsequenz. Konsequenz. Das heißt nämlich, dass alles, was wir zu einem Zeitpunkt erleben, so auch gerade jetzt, was hier passiert, natürlich von den Reizen aus unserer Umwelt abhängt, der wir immer ausgesetzt sind, aber vor allem auch von unseren eigenen Gedanken. Also letztendlich der Reizverarbeitung. Wenn jetzt dieser Reiz auf unser psychisches System trifft, wie dieser verarbeitet wird. Das heißt letztlich, Reize aus der Umwelt plus die Gedanken im psychischen System erzeugen, letztendlich vereinfacht dargestellt erleben. Wir konstruieren also unser Erleben, unsere Wirklichkeit, was dann auch als Wirklichkeitskonstruktion bezeichnet wird. Und hierfür gibt es einen übergeordneten Fachbegriff, der als Konstruktivismus zu finden ist. Und der ist gerade in der Luhmannschen Systemtheorie sehr wichtig und spielt dort eine wesentliche Rolle, weswegen ich Ihnen die hier auch in diesem Video vorstelle. Machen wir doch mal zu dem, was ich hier gerade gesagt habe, ein kurzes Experiment, um dir zu zeigen, wie stark deine Gedanken, deine Wahrnehmung letztlich beeinflussen. Lass mal bitte hierfür folgendes Schwarz-Weiß-Bild auf dich wirken. Ja, was siehst du dann? Möglicherweise ein Kopftuch, rechts oben dieser Teil und links daneben vielleicht eine Feder. Das könnte dann zu einer vielleicht jungen Frau gehören. Vielleicht siehst du das Seitenprofil von einer jungen Frau. Also siehst du da vielleicht von einer jungen Frau das linke Ohr und die Haare und die linke Wange und einen kleinen Teil von der Nase. Dann könnte es zum Beispiel das hier sein. Also ich habe das mal hier rot hervorgehoben. Ja, oder aber du siehst vielleicht eine alte Frau mit dem Kopftuch und dem Kopf nach unten geneigt, mit einem ausgeprägten Kinn und einer größeren Nase. Dann habe ich das hier mal mit blau hervorgehoben. Es hängt statistisch davon ab, ob du vielleicht eher jünger bist oder älter bist, ob du jetzt die junge oder ältere Frau siehst. Oder vielleicht aber auch mit welchen Gedankenprozessen du gerade assoziiert bist. Was auch immer du gerade siehst, das Schwarz-Weiß-Bild ist an sich statisch. Es verändert sich ja nicht. Oder anders gesagt, der Reiz, dann dieser Reiz, was dieses Bild hier aussendet, also der Reiz aus der Umwelt, der jetzt auf dich trifft, ist immer derselbe. Aber du kannst ihn zum Beispiel so verarbeiten, dass du eine junge oder eine alte Frau siehst. Dieses Bild, was auch als Kipp-Bild bezeichnet wird, zeigt also als Beispiel recht einfach, dass unsere Wahrnehmung oder unser Erleben nicht ein 1 zu 1 Abbild der physikalischen Welt ist, in der wir leben, sondern unsere Gedanken beeinflussen massiv unser Erleben. Was heißt das nun im Miteinander mit anderen Menschen, wenn jeder Mensch sich seine eigene Wirklichkeit konstruiert? Dafür führen wir nun psychische und soziale Systeme zusammen. Angenommen, eine Gruppe von Menschen, die ein soziales System bilden, betrachten dieses Kipp-Bild von der Frau. Ja, dann wird ein Teil der Gruppe in diesem Bild eine junge Frau erkennen oder für sich jeweils konstruieren, müsste man korrekterweise sagen. Und der andere Teil der Gruppe konstruiert sich eine alte Frau. Und nun stehen beide Konstruktionen im Raum, junge und alte Frau. Und wie du dir sicherlich denken kannst, macht es nun gar keinen Sinn zu fragen, wer hat eigentlich recht? Wieso auch? Weil ein und dasselbe Bild zwei unterschiedliche Wahrnehmungen erzeugt. Beide Wahrnehmungen sind für sich genommen richtig, vor allem deswegen, weil jeder einzelne Mensch ganz autonom das Bild für sich interpretiert. Es ist vermutlich einleuchtend, dass die Frage nach, wer hat recht, in diesem Fall unsinnig ist. Aber wie sieht es aus, wenn wir mit anderen Themen um die Ecke kommen, die weniger Eingänge oder einfach sind, wie bei einem Schwarz-Weiß-Bild gerade eben? Nehmen wir zum Beispiel Impfen oder Nicht-Impfen in der aktuellen Corona-Situation. Oder Tempolimit, ja, nein. Oder zum Beispiel Frauenquote, sinnvoll oder nicht. Bei diesen Themen geht es nicht mal nur um Ja oder Nein oder richtig oder falsch. Hier geht es manchmal mehr als nur um Schwarz-Weiß-Denken, sondern um unterschiedlichste Ansichten, Meinungen und Perspektiven. Und zwischen diesen verschiedenen Perspektiven oder Wirklichkeitskonstruktionen, müsste man sagen, gibt es in der Regel aber eine hohe Übereinstimmung beziehungsweise einen Wirklichkeitskonsens, würde man jetzt zum Beispiel in der Fachsprache sagen. Je nachdem, welches Thema gerade diskutiert wird. Und das wollen wir uns mal noch ein kurzes bisschen näher angucken. Also, diesen Wirklichkeitskonsens könnte man sich zum Beispiel folgendermaßen visualisieren. Angenommen, diese fünf Personen schauen alle gemeinsam auf ein und dasselbe Objekt, zum Beispiel dasselbe Haus. Dann gibt es zwischen diesen Wirklichkeitskonstruktionen von jedem Einzelnen, also wie jeder das Haus für sich konstruiert, eine große Übereinstimmung. Also, was sie gemeinsam wahrnehmen, überstimmt dann ein. Zum Beispiel sind sich alle einig, dass das ein Haus ist, das ist ziemlich einfach, und dass dieses Haus einen Balkon hat, Türen und Fenster und vieles weitere. Dieser Konsens ist mit der dunklen gelben Fläche hier als Schnittmenge angedeutet. Aber es gibt auch Unterschiede in der Wahrnehmung, wie zum Beispiel, ob Ihnen das Haus gefällt oder vielleicht auch nicht oder welche Farbe das Dach hat. Ist es zum Beispiel dunkelblau oder es ist doch schwarz oder ob das Haus zu klein ist oder nicht. Hier gibt es dann keine Schnittmenge in der Wahrnehmung, in der Konstruktion dieser Personen. Und das entspricht hier dargestellt der hellgelben Fläche. Es ist letztendlich auch gut so, dass es einen großen Wirklichkeitskonsens gibt, weil wenn sich diese fünf Personen etwa nicht einig wären, dass da überhaupt ein Objekt in Form eines Hauses stehen würde, dann wäre das gravierend. Aber von diesen Menschen, die ein ganzes Haus übersehen können, von denen stammen wir zum Glück nicht ab. Ja, und das liegt einfach daran, dass die einzelnen Wirklichkeitskonstruktionen nicht beliebig sind, weil sie eben auch von den Reizen der Umwelten abhängig sind. Und wie jedes System, so möchte auch das psychische System bestmöglich in seinen Umwelten überleben. Weswegen ein Haus nicht einfach in der Wahrnehmung verloren gehen kann. Wenn ich dann das Haus nicht sehen würde und ich würde mit Anlauf gegen das Haus rennen, wäre das für meinen Körper nicht gerade sehr dienlich. Wenn sich auch die gleichen fünf Personen über das Thema Corona zum Beispiel und Impfen unterhalten, könnte der Wirklichkeitskonsens, also die dunkelgelbe Fläche, hier jetzt kleiner dargestellt, deutlich geringer ausfallen. Möglicherweise besteht der Konsens lediglich darin, dass Corona als Krankheit existiert. Mehr jedoch nicht. Wenn es jedoch um die Impfung geht, kommen unterschiedliche Wahrnehmungen zum Vorschein. Von zum Beispiel, nur die Impfung hilft, über die Impfung schadet oder Impfen ja, aber Boostern auf gar keinen Fall oder ach, egal ob geimpft oder nicht, ändert ja sowieso nichts. Bis hin zu, damit habe ich mich sowieso noch nicht beschäftigt. Und wenn du nun diese unterschiedlichen Wahrnehmungen darüber diskutieren lässt, was stimmt und was nicht und wer hat Recht oder auch nicht, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass diese Diskussion ausarten kann. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Das heißt, die dunkelgelbe Fläche beschreibt die Übereinstimmung der verschiedenen Wirklichkeiten, die die jeweiligen psychischen Systeme konstruieren. Und je größer dieser Konsens ist, desto geringer sind vermutlich Konflikte und desto reibungsfreier laufen gemeinsame Interaktionen ab. Aber außerhalb beschreibt jetzt die hellgelbe Fläche den Dissens der verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen. Und hier ist die Chance nun mal groß, dass im gemeinsamen Miteinander Konflikte entstehen, weil unterschiedliche Wirklichkeiten der psychischen Systeme aufeinandertreffen können. Gleichzeitig kann aber auch die Chance groß sein, neue kreative Ideen aufgrund dieser unterschiedlichen Perspektiven, aufgrund dieses Dissens zu erzeugen. Wenn man diesen Konzepten zu den psychischen Systemen und zum Konstruktivismus weiter folgen möchte, dann ergibt sich daraus eine wesentliche Konsequenz. Und zwar, es gibt keine Objektivität. Alles, was wir erleben, ist gefärbt durch unsere eigene Vorstellungen, Erfahrungen, Interpretation und so weiter. Alles, was wir sagen, nimmt darauf Bezug. Wir können die Welt nicht unabhängig von uns Menschen, von unseren Gedanken denken. Deswegen sei wachsam und kritisch, wenn dir jemand oder vor allem die Medien Objektivität vorgaukeln. Das erkennt man häufig an verschiedenen Signalwörtern und Sätzen wie Das ist der Grund warum oder darum ist oder deswegen wird das so sein. Also, wenn es um psychische Systeme geht, dann weißt du nun, dass diese im Kern aus Gedanken bestehen. Diese Gedanken werden durch Reize aus der Umwelt oder aus den Umwelten des Systems, mit denen es notwendigerweise eng verknüpft ist, beeinflusst. Beeinflusst, nicht linear-kausal gesteuert. Wenn so ein Reiz auf das psychische System trifft, dann wird der Reiz ganz autonom und selbstorganisiert vom System verarbeitet. Je nachdem, was für das System eben sinnvoll ist und dem bestmöglichen Überleben im Zusammenspiel mit seinen Umwelten dient. Wie diese Verarbeitung vonstatten geht, können die Umwelten nicht bestimmen. Deswegen sind psychische Systeme reizoffen, aber operativ geschlossen, wie bei den sozialen Systemen auch. Das psychische System erzeugt kontinuierlich und andauernd neue Gedanken, die auf vorherige Gedanken basieren, um sich dadurch selbst zu erhalten. Es erzeugt sich quasi ständig von selbst. Und deswegen können wir gar nicht anders als zu denken. Man könnte zum Beispiel sagen, man kann nicht nicht denken. Wir erzeugen aber nicht nur ständig Gedanken, sondern auch unsere eigene Wirklichkeiten. Also was wir als Konstruktivismus kennengelernt haben und als solches bezeichnet wird. Lass mich dir zum Schluss noch einen kleinen, aber wichtigen Aspekt mit auf den Weg geben. Dass wir unsere Wirklichkeit konstruieren, ist mittlerweile in verschiedensten Disziplinen der Wissenschaft anerkannt und auch gängige Praxis. So auch in der Psychologie. Zahlreiche Ansätze bauen darauf auf, dass wir unsere Wirklichkeit ein Stück weit selbst gestalten können. Oftmals können wir den Reiz aus der Umwelt nicht so einfach verändern, wenn zum Beispiel das Verhalten von Vorgesetzten oder Mitarbeitenden nicht unseren Wünschen entspricht. Aber ob wir uns darüber so sehr aufregen müssen und wir deswegen zum Beispiel abends im Bett liegen und nicht einschlafen können, das können wir doch beeinflussen. Das heißt, die Reizverarbeitung, wie wir über etwas denken, das liegt in unserer Macht und kann letztlich auf die Umwelt wiederum zurückwirken, weil sich der Chef das nächste Mal anders verhält, weil wir uns anders verhalten. Oftmals ist unsere Reizverarbeitung jedoch deutlich schneller und mit unwillkürlichen Prozessen verknüpft, sodass dieser Weg besondere Aufmerksamkeit braucht, bis andere Denkmuster wirksam werden. Probier das doch mal aus! Das war der dritte Teil zur Systemtheorie. Weitere Teile zur systemischen Haltung in der Praxis werden folgen. Wenn du nichts verpassen willst, abonniere gerne meinen Kanal und wenn du Fragen hast, schreib mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich auf einen Austausch.